so freunde nein herzlich willkommen bei alicia online heute spielen der magic ende danke hallo erstmal ich bin der carsten nein der ulf die hildegard oh god hildegard nein gertrud hildegard er hat sogar noch ein bild von hildegard hildegard kennt ihr noch salami danke ali danke bitteschön amelie ist doch bei karneval hihihi kassel hildegard ich bin immer weg ja ich bin immer weg ja ich bin immer weg ich bin immer weg ich auch ja wovon hatten wir es vorhin schnell weg nein nein gute combo da alo shaba nein verschwinde nein verschwinde ich habe planmoderation gemacht zumindest zur hälfte lassen aber ali hat die ganze gemacht hallo genau die war auch voll ernst oh shaba fang ich bin er will aufgeschossen werden shaba hier ich mach den weg frei da bin ich bin vorne jemand muss vor mich hin nein 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 ich wusste ich hätte warten sollen mich wie da ist wovon kommt das war es kann denn er geben nun so das kriegt die dafür er hat als schwer den nicht mehr bitte nicht der und Ach ja, heute ist das Thema schwarz. Ja, genau. Was ist denn zu Trump's Wahl? Und eins, und zwei, und eins, und zwei. So. Jetzt geht's los! Asuna, du hast eine sehr schöne Klapperkiste da. Eine Lieblingsklapperkiste. Ich hab den Staat verkackt. Nice. Huch, was war das denn? Das werden ja ne Blümchen. Wollt ihr mir das berg? Mit Schuppen aufm Rücken. Also... Oh, das war ein schöner Crit. Was hat dich denn aufgehalten? Na? Kann. Bitteschön. Bitteschön. Ich spitte voll runter. Nein. Nein. Bitteschön. 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 Lol. Okay. Ich hab was richtig Craziges gleich für die Aufnahme. Das müsst ihr sehen. Ich war auf einmal in der Wand. Beim Zurückporen. Sehr braun. Oh, schade. Ich dachte, ich drehe das Paradies. Paradies, da war's. Du hast einen auf Nahen, also mach nur ohne Schrank. Bessie, bleib weg. Asuna, ich hab was! Fang! Oh, nicht gefangen. Dass du davon weg, wo Katarina läufst. Und nochmal. Oh mein Gott. Nein! Nein! Mann, jetzt hört doch auf die ganze Bewert. Dort schöner Crit. Ja. Sehr schön. Oh Gott. Alter, nicht hier. Nicht hier. Komm, Donja, das kriegst du wieder. Toll. Warum bin ich jetzt runtergefallen? Bist du durch die Wand gefallen? Oh, schade. Warum spiel ich dieses Spiel? Oh, Katarina! Weißt du, und die beiden betteln sich da vorne, ne? Oh, schade. Ja. Ja. Ich hab's in den Bauchstamm geschaut. Dessi? Warum? Ich war halt die Aufmerksamkeit. Ach so, ich hab vergessen. Dessi? Ah, gut. Ja. Was denn? Ich hab ein bisschen totgegessen. Lebt ihr noch? Nein. Wir sind alle tot. Nein, sie antwortet da. Das die jenseits ist nah. Ja. Wir haben das Präsident, wir werden dann sterben. Ja. Von der Deprim-Modus also. Komm, Schaper. Na, Juna. Debré! Mann, du hast mich vor dem Stromweg gedrängt. Oh, sorry. Musst du schreiben. Nein. Ja, mit Sicherheit. Ja, mit Sicherheit. Ja, mit Sicherheit. Gerne. Weißt du, doch der Sie. So. So, jetzt aber. So, ein schöner Shooter. Wunderschön. Komm her, Schaper. Ach, komm. Warum? Weil, deshalb. Oh Gott. Ich weiß, was Chris jetzt vorhat. Er hat dich auf Fokus. Lach, Bitch. Lach, Lach! Ja, oh! Ich wusste es, dass einer von euch das macht. Was? Oh nein. Schön über dieser, über dieser Klippe oder was sonst ist. Da ist man schön. Dann hast du auch noch was kritisch geschickt. Ja. Und was dann witzig für egal funktioniert. Oh Gott. Weiß mal weiß ich, die Ketten aktiviert hat. Norena gelacht hat, aber selber reingefrogen ist. Und dann hast du es lieber geschafft. Was? Oh, mein Shooter hat überlebt. Was? Mein Shooter hat überlebt. Nein! Asuna! Du Bitch! Immer wieder gern. Du Bitch! Du Bitch! Nein, nicht in die Wand drängen. Ach Gott. Oh! Ich nehmt an, aber ich fühl mir Hadio. Aua! Jessi! Du Bitch! Allesurnig! Sooo... Oha... Der Team rückt sich aus. Weißt du Wetter wie Having Double donate allowed? Nein! Ach man! Warum denn nicht das, Simon? Der hat ein Schild! Ja und? Ja was, ja und? Ja? Ich bin das Letzterer. Oh Bitch! Ein Ack! 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 So, eine Runde noch. Ja, du lebst es schon auf. Ha? Wie lange du schon aufnimmst. Jetzt schon die ganze Zeit. Jaja, aber wie lange ist das? Keine Ahnung, hab ich jetzt nicht draufgeguckt? Ungeschneidt? Ungeschneidt? Du wirst uns ungeschneidt einfach so reinhauen. Nein, nein, nein. Ungeschneidt. Guck mal, jetzt haben wir sogar zwei Fails an der Aufnahme. Passt doch. Ja. Oh, schon wieder den Start verdingselt. Der pennt. Das ist Simon Unges neues Video-Format. Ungeschneidt. Ungeschneidt! Die überhaupt nicht machen. Ja, ich glaub schon. Komm, gebt alle, es ist jetzt die letzte Runde. Hier Ali, fang! Zeitbombe. Schaper, du siehst wunderschön von vorne aus. Wollst du von hinten? Nein, von vorne. Wie von vorne? Ja, ich hab grad die Kamera gedreht. Wuhu. Wirst du Jessie oben sehen? Musst du die... Nein, 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 nein! Oh, wunderschön. Ach! Mensch! Ach, Mensch! Ach, Mensch! Ach, Mensch! Was soll denn das schon wieder? Mensch! Günther! Günther Jauch! Nein, Ecke! Nee, Gertrud! Alter, die ist abgegangen aber, ne? Ja, Gertrud? Ja! Ich und Jessie hab einmal so geraced mit so einer... Gertrud, is real? Ja, Gertrud! H'n Lübschern! Da ist die voll abgegangen, die waren ganz dry vorn. Gertrud. Gertrud. Gertrud! Oh, a-r ook! Weg mit den Meißen! Huhn! Oh, god! Oh nein... Nein! Katharina, da hätten wir uns gerade absprechen müssen. Erst schöner Schatten und dann ein schönes Schild. Ne, ich mach mal ne Runde. Och Mann! Eine Runde haben wir noch, ja. Nein! Wer ist eigentlich Katharina? Ja, Asuna. Oh, immer wieder jetzt. So. Hallo. Hallo. Der Föcker, komm. Kommt das freundlichstes Suchkind auch wieder. Ja, aber du bist jetzt mal eben bitte leise. Okay. Blüff einfach an deinem Kaffee. Ach ja, du darfst ja keinen trinken. Halt dich das so. Kommi. Ich würde trotzdem erst mal, ihr Dittes. So. Ali, Erste. Ja. Hopp, hopp. So. Dann würde ich mal sagen, dann bis zum nächsten Video. Asuna. Erster. Eine neue Nummer. Die Idee.